Heute gibt es das allerschnellste Video mit einer blitzschnellen Resteverwertung. Drei Luftmaschen, eins, zwei, drei, und häkelst in die mittlere Luftmasche fünf ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Arbeit wenden und drei Luftmaschen, du kannst auch zuerst die drei Luftmaschen machen, und in die allererste Masche wieder fünf ganze Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf. Die Arbeit wenden, drei Luftmaschen, die Arbeit wenden, oder zuerst wenden und dann drei Luftmaschen, ist egal. Und in die allererste Masche wieder fünf ganze Stäbchen, immer so weiter. Experimentiere ein bisschen mit Garn, du kannst es als Gürtel verwenden, oder du kannst es an einem Baum hängen mit Glitzergarn, probiere es mit dickem Garn. Das macht großen Spaß. Du kannst es flach auflegen, oder es dreht sich auch von allein, wenn du es aufhängst. Viel Spaß damit! Und und dann kommen wir noch mal zusammen mit Glitzergarn. Wir werden hier unbezieht. Aber wir sehen uns mit Garn. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Das war die Sankt vor. Jetzt wissen wir uns wieder einen Daumen. мер als ein Bild vom Schrauch.